hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von ente heute werden wir so eine nebenmission jetzt eben starten mal sehen wir dass das so zu bringen hat machen wir auf schwer oder ich weiß nicht ob wir genug leute zusammen kriegen letztes mal ist die mission irgendwie mit zwei mann gestartet und irgendwann mal kurz vor dem ende sind dann ein paar dazugekommen ich glaube diesmal sieht es aus als würde ich dazukommen so so Ah, du kämpfst gut für unsere Brüder und Schwestern. Gut. Und jetzt gibt's Zunder, um ihr Leben zu feiern und sie nach Hause zu beleiten. Okay. Gut in Frieden. Wir alle werden einander wiederfinden, wenn das Ende der Welt gekommen ist. Ich habe einen weiteren Ort für dich. In der Nähe. Der nächste Ort wird blutig sein. Du musst die Links der gefallenen Freelancer einsammeln. Damit du ihre Geschichten aufschreiben kannst. Ja. Sieht aus, als hätte hier kürzlich ein Kampf stattgefunden. Ja, sehr kürzlich. Viele Leben verloren. Du musst dich um diese Bastarde kümmern. Ah, manchmal fehlt mir die Action. Sieht größtenteils gesichert aus. Jetzt such nach verbleibenden Links. Etwas Ausrüstung. Aber kein Link. Ich habe noch einen gefunden. Die Meisterausrüstung fehlt. Auf der Helm. Wieder kein Link? Nein. Seltsam. Das sind alle und keine längs, kein einziger. Verdammt. Ich weiß, wer das getan hat. Aber ich weiß nicht wieso. Die Überlebenden haben hier ein Denkmal gesetzt. Tünde das Feuer an. Jero, wer hat diese links gestohlen? Gesetzlose! Kriminelle ohne Ehrgefühl, die aus der Zivilisation verbannt wurden. Monster! Kriminelle ohne Ehrgefühl, die aus der Zivilisation verabschiedet hat. Kriminelle ohne Ehrgefühl, die aus der Zivilisation verabschiedet hat. Gesetzlose! Unsere Leute haben sie geschnappt. Gesetzlose Feiglinge! Sie stehlen von Freelancern. Wir müssen sie aufhalten. Das werden wir. Kriminelle ohne Ehrgefühl, die aus der Zivilisation verabschiedet hat. Kriminelle ohne Ehrgefühl, die aus der Zivilisation verabschiedet hat. Ausrüstung gefunden. Sieht nach Helmen aus. Wir müssen den Rest holen. Ich weiß es, Sie stehen links. Aber warum? Der geht keinen Sinn. Sieht nach Helmen aus. Sieht nach Helmen aus. Sieht nach Helmen aus. Respawn. Sieht nach Helmen aus. Sieht nach Helmen aus. Sieht nach Helmen aus. Ich hoffe, dass die Knarre anfängt zu schießen. Sieht nach Helmen aus. Sieht nach Helmen aus. Sieht nach Helmen aus. Ich habe eine lange Vorgeschichte mit Gesetzlosen. Nichts Gutes dabei. Sieht nach Helmen aus. 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 Ich weiß nicht, wo ich war, ja. Ich sehe das so ziemlich. Deine. Ah, unsere Leute haben es gefunden. Schauen wir mal außen rum. Sturkopf. Nun komm, bringen wir die geborgenen Links. Ihre Geschichten werden aufgeschrieben werden. Ja, einmal gestorben. Geht. Mal mit Leben. Oder nicht. Nichts. Worst du gehen? Die Welt. Die Welt. Ab zur Schmiede. Obwohl, ich bringe die Mission für euch zurück und dann dich zur Schmiede. Gibt es immer viel Quatscherei. Manche Leuten gefällt es, aber irgendwie fände ich das ziemlich viel. Man kommt ja kaum zum Zocken. Ab zunächst Missy. Schmiede.